Nein, 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 nein. Was soll meine Wahl? Was soll meine Wahl sein? Was ist meine Entscheidung? Das Altbekannte oder das Akzeptieren, was jetzt einfach gelandet ist und von einer ganz anderen Wirklichkeit spricht? Andrea, schön, dass wir das zusammen machen. Ach ja, total. Jeremy Riddle, ich schreibe es gleich noch rein. R-I-D-D-L-E heißt der Mensch mit Nachnamen. Ja, und wirklich so jeden Augenblick, jeden Augenblick können wir neu wählen. Das ist ja so, das finde ich so, egal, egal, was ich gerade noch gedacht, gesagt, getan habe. Ich kann mich jetzt erinnern und wählen, hey, ich will heute wieder dein Kind sein, Vater. Gott, ich will wieder Teil des Ganzen sein. Jesus, ich will mich von dir erinnern lassen, dass ich Christus bin. Und augenblicklich ist uns alles gegeben. Wir sind ja im Ego-Denksystem im Vergleich und darum glauben wir ja auch, dass wir irgendwas wieder gut machen müssen. Und darum ist ja der Kurs, finde ich, noch reingekommen hier in Zeitraum, um uns zu erinnern, hey, wenn du dich wirklich jetzt vom Vater trösten, auf den Heiligen Geist hörst, dann bist du verändert in dein wahres Selbst hinein. Das, was erlöst wird, ist das, wofür wir uns hielten. Und dann wollen wir ja nur noch diese gegenwärtige Liebe teilen. Da ist ja nichts anderes mehr. Und in dem ist allen alles gegeben. Und das ist ja so, finde ich, hey, danke, total danke. Und danke, danke, dass wir das hier gemeinsam machen und sind. Alle sind. Na ja, da gibt es so diese schöne Idee, wenn ich es nicht spüre oder wenn ich in meinem alten Ding drinne bin, in meinem Selbstbild, so wie kommst du denn dazu? Wie kommst du denn dazu, dass es neu ist? Und wir üben wirklich diese Idee, dass du trotz Widerstand und trotz Zweifel und Einsprüchen und Minderwertigkeitsideen eine Entscheidung treffen kannst. Ich kann trotzdem eine Entscheidung treffen zu geben. Wie du gerade gesagt hast, Andrea, wir sind ja im Vergleich, im Ego-Denksystem sind wir im Vergleich oder im Aussondern oder im Vergleichen. Und da sage ich immer, nee, ich habe nicht genug zu geben. Ich habe nur ein bisschen zu geben. Und das bisschen muss ich auch sorgfältig behüten, dass am Ende noch ein bisschen was für mich übrig bleibt. Und ich gebe nur so viel, wie es meiner Besonderheit dient. Und da einfach zu sehen, ey, da ist nur Verlust. Da ist nur Verlust. Da ist immer nur Mangel. Da ist immer nur, ich treffe dich nicht. Ich bin immer nur einsam. Und immer reicht es nicht. Und irgendwie dient es dazu, wirklich den Diamanten zum Funkeln zu bringen. Weil du dann sagst, jetzt ist es egal. Ich gebe jetzt einfach. Ich gebe jetzt einfach trotzdem. Du kannst trotz all dieser Einwände einfach volle Möhre anfangen zu geben und dich dem anderen zuzuwenden. und zu gucken, was brauchst du denn jetzt wirklich? Was brauchst du denn jetzt wirklich jenseits meiner komischen Gedanken von Begrenzung? Wo verlasse ich denn mein Kokon? Dass er schon einen ordentlichen Knacks bekommen hat. Allein, dass Jesus, dass das Licht gekommen ist. Ich möchte mich hier eigentlich vergessen. Ich möchte vergessen, wer ich glaubte zu sein. Und mich erneuern lassen, Andrea. Ich habe es gestern, keine Ahnung, gestern, vorgestern irgendwann gelesen, so dass Jesus sagt, hey, du kannst die Wunder das wirklich nur wahrnehmen, was dir alles gegeben ist, wenn du bereit bist, mit jedem deiner Brüder das Wunder zu teilen. Wenn ich nicht bereit bin, das allen zu geben, wenn ich noch irgendwo eine Ausnahme mache, dann wird das so beschrieben, dann sammelt sich Staub darauf. Steht es im Kurs. Es sammelt sich einfach Staub darauf, wenn du nicht bereit bist, allen alles zu geben und damit ehrlich zu sein und zu merken, wow, da gibt es noch Brüder, da unterscheide ich noch, wer scheinbar irgendwas verdient oder nicht und sofort wahrzunehmen, wow, das ist mein Leid und ich muss mich nicht dazu zwingen, sondern worum es ja geht, ist ja, hey, ich vergebe mir und in der Berichtigung nehme ich wahr, dass Gott mich immer gehalten, immer geliebt hat, in keinem Augenblick losgelassen hat. Nun, das ist ja der Trost Gottes, dass die Trennung in keinem Augenblick, egal was ich abgespeichert habe in Vergangenheit, dass das wirklich total ehrlich in Gott erlöst ist, weil die Trennung im Geist niemals stattgefunden hat und dass das ehrlich wahrnehmbar ist, das feiere ich einfach schon jeden Mal. Morgen, wenn ich scheinbar aufwache aus einem Schlaf hier nachts, es ist da einfach in jedem Augenblick, wow, wenn ich wach werde oder auch nachts, hey, danke, 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 dass du mich sicher hältst, danke, dass du mir versicherst, jetzt in diesem Augenblick, dass die Trennung niemals stattgefunden hat. Das sagt Jesus, ja, das werden wir entscheiden. Irgendwann sind wir bereit, die Antwort Gottes zu hören und wir hatten es gestern ja auch schon kurz, sodass das wirklich Gott nicht eingreift, weil die Welt ein Traum ist. Jesus greift nicht ein, der Heilige Geist greift nicht ein, weil es wirkungslos in Wahrheit ist und wir müssen sagen, hey, ich brauche hier Hilfe. Ich will das wirklich annehmen, dass Jesus jetzt Weihnachtsfeier, Jesus Christus hat gesagt als großer Bruder, okay, ich komme mal hier rein und zeige deutlich auf, dass wir sicher sind. Wie schön, oder? Ja, genau. Und diese Idee von Unsicherheit oder irgendwie bedroht zu sein oder irgendwas ist nicht in Ordnung, das kann ich ja nur denken, wenn ich glaube, ich bin alleine. und wer hat mir das angetan? Sicherlich nicht Gott, sondern das ist nur eine Fantasie. Es ist ein eigenes Machwerk und nicht mal irgendwie so ein unbewusstes Ding, sondern das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, mich alleine zu machen oder zu erfahren, erfahren zu wollen, wie ich mich nicht in Einheit anfühle, wie sich Schöpfung nicht in Einheit anfühlt, sondern in Gespaltenheit. Und das kann nur ein Traum sein. Und hier sagt er, ich lese was vor aus dem Text, ich gucke gleich noch, wo das ist genau aus, sondern heißt alleine machen und daher einsam machen. Und dann kann ich in einer Gruppe von Menschen sein, in einem Konzert sein, auf dem Weihnachtsmarkt sein oder sonst wo, aber trotzdem mich einsam fühlen oder alleine. Ich glaube, das kennt jeder. Oder bei einer Weihnachtsfeier und dann denkst du, ich bin so einsam hier, wie kann das sein? Aber es ist etwas, was ich entschieden habe als gegenwärtigen Gedanken. Ursache und Wirkung sind ja am selben Ort, sind zur selben Zeit. Und wenn ich mich jetzt einsam fühle, ist, weil ich jetzt Einsamkeit gewählt habe. Gott hat dir das nicht angetan. Hätte er dich denn absondern können, wenn er doch weiß, dass dein Frieden in seinem Einssein liegt. Und heute ist ja, Friede sei mir, dem Sohn Gottes, das ist die Lektion. Er hatte nur deine Bitte um Schmerzen abgeschlagen, denn Leiden ist nicht von seiner Schöpfung. Da er dir die Schöpfung gegeben hatte, konnte er sie dir nicht nehmen. Er konnte auf deine wahnsinnige Bitte nur eine vernünftige Antwort geben, die in deinem Wahnsinn bei dir bleiben würde. Und wir versuchen das ja auch zu lösen. Wir versuchen in der Einsamkeit irgendwie die Lösung zu finden, nur, dass die dann immer nicht funktionieren, weil das die Suche im Außen ist. Ich möchte gerne, dass mein Partner, meine Partnerin anders ist. Oder ich möchte gerne einen Partner und eine Partnerin. Ich hätte gerne mehr Geld oder weniger Arbeit. Mehr Ablaub oder sonstige. Mehr Besonderheit, mehr Kontrolle, mehr Respekt, mehr Anerkennung und so weiter. Und das soll dann meine Lösung sein, die aber wie die anderen Millionen Male schon dieses Mal auch nicht funktionieren wird. Das ist einfach die Grundannahme, die nicht stimmt. Dass Einsamkeit nicht real ist. Ich habe einfach übersehen, wer mein Bruder in Wahrheit ist. Und hier werde ich, und du hast es ja gerade gesagt, Andrea, hier werde ich einfach darauf aufmerksam gemacht, es kommt keiner und macht das für mich, diese Korrektur, sondern es muss meine Entscheidung sein, mich neu zu erfahren oder um Hilfe zu bitten, dass ich mir neu gezeigt werde und damit jeder neu gezeigt wird. Er konnte auf meine wahnsinnige Bitte nur eine vernünftige Antwort geben, die in deinem Wahnsinn bei dir bleiben würde. Und das tat er. Niemand, der seine Antwort hört, kann umhin, den Wahnsinn aufzugeben. Und dafür sind wir ja hier, seine Antwort wirklich zu hören. Denn seine Antwort ist der Bezugspunkt jenseits der Illusionen, von dem aus du auf sie zurückblicken und sehen kannst, dass sie wahnsinnig sind. Das ist ja eine Erleichterung zu sehen, dass meine Ideen wahnsinnig sind. Ach Gott sei Dank, ich dachte, das wäre mein, ich dachte, der Wahnsinn wäre mein Bezugsrahmen. Suche nur diesen Ort und du wirst ihn finden, denn die Liebe ist in dir und wird dich dorthin führen. Ein Bezugspunkt jenseits der Illusionen ist seine Antwort. Danke. Und das ist aus, wenn jemand das möchte, nachzuschauen, nachlesen, Kapitel 13, 3, 12, 13, 3, 12 im Textbuch. Ja, ich finde, ich hatte gestern Abend kurz eine Gruppe und da war so Thema, wann bitte ich wirklich um Hilfe, wann kapituliere ich. Und da hatten wir so ein Beispiel von jemandem, der die Bruder, der Bruder, der so gesagt hat, hey, wenn ich wirklich mich bedroht fühle im Leben, wenn so die Körperfunktionen scheinbar aufhören, dann fange ich an zu kapitulieren. Und Jesus sagt ja, irgendwann kapituliert jeder, dass wir sehr leidensfähig sind, doch irgendwann ist das Leid für jeden genug. Das ist ja was, was wir wirklich lernen und üben, dass wir da eine Verwechslung von Schmerz und Freude haben. Und wir glauben ja recht lang, dass das doch in der Welt, in der Person Erfüllung zu finden ist, oder? So, dass es doch in der Welt irgendwas gibt, was mich vervollständigt. Und das ist ja der Irrtum, der erlöst wird, so in jeder Vergebung, in jeder Berichtigung, für mich in der Nachfolge von zu sagen, hey, Jesus Christus, ich will dir nachfolgen, was er uns im Kurs ja anbietet. Er sagt, es geht auch so, natürlich, weil das Ziel von Wahrheit festgelegt ist. Und ich kann ihn auch bitten, wenn es mir nicht gut geht und ansonsten nicht. Und doch sagt er ja, Herr Meißen kann ich dir natürlich helfen, wenn du Freude und Leid mit mir teilst. Das ist ja die Nachfolge. Weil selbst wenn ich glaube, dass alles gut läuft und ich lasse mich in jedem Augenblick tiefer berichtigen, wer ich wirklich bin, ich bin in jedem Augenblick bereit, so die Erlösung zu empfangen, einfach um sie zu geben, um sie mit jedem zu teilen, dann ist ja ein immer gegenwärtig größeres Glück wahrnehmbar. Das ist ja wirklich so dieses, finde ich so diese Belehrung, die uns da angeboten wird. Das ist ja das Abgefahrenste, finde ich, das, was überhaupt hier im Zeitraum, wo ich so lange versucht habe, mir die Trennung zu beweisen, wahrzunehmen, Herr Wow, da ist eine Stimme, die spricht zu uns allen gleichermaßen. Da ist unsere Ebenbürtigkeit, dass wir alle in der Stimme Gottes sind, dass die Trennung niemals stattgefunden hat. Und es ist meine Entscheidung, zu sagen, okay, wow, ich will mich hier belehren lassen, ich will nicht mehr Recht haben. Und ich finde das so, wirklich so ein Geschenk. Und da ist dann auch wirklich die Schau, dass ich schauen kann, wow, wir sind alle in Gott versorgt. Ich muss mich um niemanden sorgen. Und das mache ich dann nicht, weil Sorge Angriff ist, weil ich denke, oh, ich darf mich nicht sorgen, sondern ich vergebe so tief. Ich lasse mich so tief berichtigen, bis ich wahrnehme, dass ich mit dir, mit jedem in der Gegenwart Gottes bin. Das ist ja das, was geschieht, dass es nur um die Heilung meines Geistes geht, weil du, hier sind alle der Christus und ich habe das Bild draufgelegt und das lasse ich erlöst sein. Und das kann wirklich jeder nur für sich in seinem Geist erlöst sein lassen. Und das finde ich, ich finde es so ein Geschenk, dass wir uns in dem Begegnern echt miteinander erinnern, immer, immer mehr so dieses Feuer des Heiligen Geistes da sein lassen, selbst wenn für Augenblicke so da ist, nein, ich will dich gerade verurteilen oder ich glaube gerade, es bringt mir was und irgendwann ein bisschen später werde ich sowieso vergeben, weil es einfach das größte Glück ist, oder? Absolut. Und du hast gerade von tiefer vergeben gesprochen. Magst du dann noch mal darauf eingehen, wie du sozusagen, wie kommst du in eine Tiefe, also was, oder was wir Tiefe nennen? Da ist ja irgendwie so eine Erfahrung von, okay, ich habe irgendwas ist oder ich bin nicht, ich fühle mich nicht glücklich und ich fange mal an, irgendeinen Gedanken zu denken oder ich fange mal an, mich irgendwie an Jesus zu wenden. Und wie nimmt das sozusagen für dich Fahrt auf? Also was machst du konkret im Geist, dass das wirklich so eine, so ein gründliches Aufräumen wird, Andrea? Kannst du das beschreiben? Ich glaube, das ist einfach die Bereitschaft. Oder als ich den Kurs getroffen habe, da war ich wirklich so im Leid, dass ich dachte, wow, ich schaffe dieses Leben nicht mehr. Und da war einfach ein Augenblick von, ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich habe mich tiefer hingegeben, als wie ich es wahrscheinlich vorhatte. Oder als ich das erste Mal wirklich ehrlich um Vergebung gebeten habe, dann sagt Jesus, ja, es geht immer ums Herz. Ich kann Worte sagen, so viel ich will, es geht ums Herz. Und er sagt ja auch, wir müssen es wirklich üben und lernen, dass wir uns nicht einmischen. Und er sagt ja auch, die meisten wenden erst mal Vergebung im Ego an. Habt ihr das schon mal gelesen im Kurs? Das sagt er, die meisten beziehen sich erst mal auf Vergebung im Ego. Und das habe ich auch gemacht. Und Jesus hat mir auch gesagt, du musst erst dir die Geschichte mit mir noch mal anschauen, was im Kurs als verkehrte Vergebung beschrieben wird, weil du glaubst wirklich, dir ist was passiert und doch werden wir da nicht stehen bleiben. Weil es darum geht, wirklich im Geist ehrlich zu schauen, ach okay, ich kann jetzt den Christus schauen, egal was der Bruder gerade scheinbar macht. Das ist ja unser Üben, das ist ja das Lernen, dass wir in eine Tiefe von Belehrung geführt werden, dass wir wirklich erwacht im Vater, ewig unverletzt sind. Und wie das geschieht, ist glaube ich echt im höchsten Maße persönlich. Für mich war das wirklich einfach tagelang irgendwie im Licht zu liegen, stundenlang auf dem Boden zu weinen, zu schreien, zu sagen, ich weiß nicht, wie Vergebung geht, ich weiß nicht, wie Vergebung geht, ich will es einfach, ich will es, ey, bitte mach, bitte mach, bitte mach. Wenn da stimmt, was im Kurs steht, ich beziehe mich drauf, auf dein Versprechen im Kurs, dass uns das allen gleichermaßen gegeben ist. Ich glaube da, dadurch. Ich glaube, es ist wirklich die Bereitschaft, es mehr zu wollen, als wie alles andere. Egal, ob ich nochmal durch Schmerz geführt werde. Ja. Das ist ja bedeutungslos, sind ja nur vergangene Assoziationen, die ich als wahr erachte, bis ich mich durchführen lasse, durch diesen Ring der Angst immer wieder, bis ich merke, wow, egal, was Jesus mir gerade zeigt, an Angst, an Todesangst, an, das ist mein Üben. Das ist, glaube ich, das Vertrauen in Jesus. Und irgendwie so ein Merken, weil das sind ja so Extremsituationen sozusagen, wenn wir jetzt so Alltag, wenn ich mir meinen Alltag anschaue oder mein Alltagsgewahrsein, das ist im Grunde erstmal nicht eine Extremsituation, weißt du, wo ich so extrem zum Beispiel durch Schmerz oder Begrenzung motiviert bin, mich neu auszurichten. Aber wenn ich bei mir schaue, so was bringt mich denn dazu, durch den Schleier der Einsamkeit zu gehen, oder den Schleier der Trennung, dann ist es wirklich, ich merke, ich merke das, oder irgendwo weiß ich, dass das nicht die komplette Antwort ist. Also ich weiß das, wie ich mich jetzt erfahre, dass das, wenn es nicht wirklich Freude ist, wenn es nicht wirklich eine Ausdehnung und Verbindung ist, dass da was anderes angeboten ist. Und ich kann sozusagen in meinem eigenen Selbstbild bleiben und das auch eine Weile weiterspielen, bis es halt zu Schmerzer führt und zu sagen, jetzt wende ich mich wirklich der Lösung zu. Oder ich nehme diesen Moment und sage, es ist jetzt eigentlich schon nicht wirklich akzeptabel, mich begrenzt zu erfahren oder getrennt von dir zu erfahren, weil es ist kein neutraler Gedanke. Es ist, also, und das ist ja nicht irgendwie einfach so eine Formalie, das war jetzt kein neutraler Gedanke, sondern es ist, es bringt die Erfahrung von Schmerz hervor, dass es was Schmerz ist, eine Trennung in jeglicher Form, Angst oder wie sagt das, das kleinste Stirnrunzeln erkennt den Tod an. Und das ist ja nicht meine Natur, das ist ja nicht unsere Natur. Wenn wir jetzt in der Feier von der Geburt des Lichtes in uns uns wiederfinden, in der Weihnachts, in der Weihnachts-Special-Idee, dann ist der Ruf des Vaters, ja, hey, komm, komm aus dem Kokon raus, so egal wie schick die Geschenke im Kokon waren, egal wie gut der Braten schmeckt oder der Rotkohl gewürzt ist, so, das ist ein Kokon. Komm raus aus der Gemütlichkeit, wenn es gemütlich ist, vielleicht ist es ja auch sehr ungemütlich, dann ist die Motivation dann noch höher zu sagen, ich brauche hier eine andere Erfahrung und sie hat grundlegend damit zu tun, was ich denke. Es hat damit zu tun, welche Art von Gedanken ich denken möchte und ich wähle, ich wähle den Frieden. Und das Coole ist ja, im Kokon denke ich, dass mein Problem so groß ist, dass es richtig viel Zeit braucht, bis die Lösung da ist. Also mein Problem ist so, so schwerwiegend oder so, so subtil, dass ich da in 100 Jahren nicht drauf komme, wenn ich jetzt anfange, dran zu arbeiten, dann werde ich in 100 Jahren vielleicht drauf kommen, was mein Problem ist und dass die Lösung da ist. aber der Frieden funktioniert ja anders. Er zeigt ja immer nur, nee, das Problem ist schon gelöst, danke, dass du dich der Lösung zuwendest. Das Problem ist schon gelöst, danke, dass du dich dem Bruder zuwendest und hier zusammen die Lösung empfangen wird. Ja, und das das Wundervolle, finde ich, ist ja dadurch, dass wir mit Vergebung und sowieso echt mit dem mit dem Kurs aufschlagen schon sagen, hey, ja, berichtige mich, erinnere mich, wer ich bin und wenn wenn die wenn wir merken, okay, wow, diese Verwechslung von Schmerz und Freude, das das lässt mich ja viel schneller vergeben, dass ich wahrnehme, was ich sonst irgendwie über andere Leute irgendwie schlecht denken oder mit anderen über andere lästern und reden, dass das 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 wird immer absurder. Das ist nicht, dass ich das nicht darf, sondern ich merke, hä, das ist gar nicht das, was ich will. Ich merke, was es für ein Schmerz ist, nicht dem, mit dem ich da gerade bin, einfach von Herzen alles Gute zu wünschen und nur segnen zu wollen und wenn ich das nicht will, habe ich mich mit was verwechselt, was ich nicht bin, weil ich kann ja nur als Person irgendjemandem irgendwas nicht gönnen. Ich bin anders als der, die andere und ich hätte das nie für möglich gehalten, dass diese diese Hingabe in die Belehrung zu sagen, Heiliger Geist, hey, ich nehme dich als meinen Lehrer, als meine Lehrerin, weil Jesus sagt im Kurs, hey, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich habe nur noch auf den Heiligen Geist gehört und du wechselst immer noch in die Person und du wechselst recht häufig in die Person und sei urteilsfrei damit. Das ist einfach, weil du so Angst vorm Vater hast. Du hast die Angst vor dir selbst gemacht. Darum verlangt das ja, sagt er, kein Urteil, sondern Mitgefühl. Wir haben uns Angst vor der Liebe in uns gemacht und irgendwann zu merken, hey, nein, ich will mich diesem Denksystem gar nicht mehr so unterstellen und ich greife ja auch noch danach, nur dass wir merken es ja immer schneller, wie absurd es ist, sich freiwillig einem Denken zu unterstellen, indem ich Angst habe, jetzt gegenwärtig einfach zu sein. Also was, und das habe ich ja vehement gemacht und diese Vehemenz, mit der ich das, die Welt, meine Wahrnehmung geschützt habe, darum sagt ja der Heilige Geist, du musst nur alles mir geben. Gib mir diese Vehemenz und du bist immer schneller bereit, Erlösung geschehen zu lassen, weil wir sind ja, wir sind ja schon, wir werden uns ja nie was zusetzen, also wir werden uns ja nicht vollständig machen, sondern wir lassen den Mangelgedanken los. Darum sind wir ja nur als Kind Gottes wirklich angstfrei. Das werde ich ja nie als Andrea Hanreide sein. Das bin ich ja nur, wenn ich weiß, ah, ich bin jetzt im Vater. Das ist doch ein witziges Üben, oder? Ja. Und dass er so ein Vertrauen in uns hat, dass er sagt, okay, ich mische mich nicht ein, du kriegst das schon hin. Es ist alles da, was du brauchst. Ich brauche mich nicht einmischen, wenn man, ich weiß ja, dass man so nach wie vor mächtig ist und dass freier Wille gilt und ich irre mich nicht in meinem Sohn. Alles, was es braucht, um sich neu zu entscheiden, ist da und ist sozusagen in ihm veranlagt. Die Macht der Entscheidung, die er jetzt wieder zu sich zurücknimmt und ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das, ich weiß nicht, wie das Wunder funktioniert, aber der Fakt, dass ich leiden kann, zeigt mir eigentlich das Vertrauen, das Gott in mich hat, weil er sagt, du kriegst das hin, du wirst dich schon mehr entscheiden und du wirst halt so lange da drin bleiben, wie es für dich nützlich ist und wie du daraus sozusagen dein nötiges Lernen ziehen möchtest und solltest du vorübergehend darin scheitern, dich neu zu entscheiden, habe ich hier eine Grenze gesetzt. Aber der Lehrplan basiert grundsätzlich da drauf, dass du freien Willen hast und dass die Wahrheit wahr ist und irgendwo im Kurs sagt er ja sogar, es ist eigentlich egal, ob du glaubst, in Träumen zu sein oder dich da wieder erkennst, wo du in Wahrheit bist im Himmel, denn die Wahrheit ist unabhängig von deiner Entscheidung und unabhängig von deinem Glauben wahr. Du bist Gottes Sohn, egal was du glaubst, egal was du wählst und da liegt so eine da liegt so eine Beruhigung drin, dass wir es nicht vermasseln können. So in der Welt lehren wir uns ja, okay, ich kann eine Situation vermasseln, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, also muss ich ja die richtige Entscheidung treffen und wenn ich die falsche treffe, dann ist halt, dann ist der Kahn halt gegen, wie sagt man, der Kahn in den Dreck gefahren oder das Auto gegen die Wand, aber in Gott ist es anders. Du fährst nicht gegen die Wand, du fährst nicht gegen die Wand. Wir sind nicht, wir sind nicht aus einer scheiterbaren Substanz, also in Gott, es kann nicht scheitern, es ist das Ego, was ständig scheitert. aber was wir sind, fängt ja nur mehr an, durch den Schleier durchzuleuchten mit jeder Entscheidung, die wir in seinem Gunsten treffen und was wir lernen, ist diese Entscheidung nicht mehr zurückzunehmen, wie du es gerade auch schön aufgemacht hast, Andrea, diese Idee des Hin- und Hersprings, erst mal zu merken, ich springe hin und her, aber ist das alte Ergebnis, was ich dabei erziele, ist das jetzt dadurch besser geworden? So konnte ich quasi das Wunder mit in das Alte reinnehmen oder ist das Alte immer noch alt und bringt immer noch die alten Ergebnisse mit sich? Und ich kann sagen, es ist immer noch ein Leid. Und ich kenne das von mir sehr gut, dass ich denke, ich habe jetzt einen richtig lichtvollen Moment, damit renne ich jetzt los und ich hole mir jetzt eine neue Formel in der Welt und mache damit was. Ich baue das irgendwo ein, das neu gefundene Licht und merke, nee, das ist hin und her gesprungen. Es ist immer wieder hin und her gesprungen, sondern das, was das Wunder zeigt, was die Reflexion des Wahren Selbstes zeigt, dass es hier nur Frieden zu finden gibt in Wahrheit, enthält schon alles, was ich jemals suchen würde und finden möchte und finden kann. Und es ist ja auch wirklich nur, Jesus sagt ja, hey, der Hauptteil deines Geistes, da bist du erwacht, da bist du erleuchtet. Im Hauptteil deines Geistes, da weißt du, wer du bist. Es geht nur um einen Gedanken und darum sagt er, unterschätze nicht die Macht, die du hier hast als Sohn Gottes, die du einfach in eine Fehlschöpfung gesetzt hast, in die Idee von Trennung und darum sagt er auch, du wirst es nie wahr machen, weil du nicht getrennt bist. Es ist eine Fehlschöpfung und irgendwann, da werden wir nach, das sagt er ja dann auch, irgendwann wirst du aufhören, damit zu spielen und nach Hause zu gehen, die schädlichen Spielzeuge weglegen. du hast nur gespielt, du hast nur geträumt, weil du hast überhaupt nicht den Willen in Wahrheit und auch gar nicht die Möglichkeit, dich vom Ganzen zu trennen. Darum können wir uns ja auch nur erinnern, weil es nur ein Gedanke ist, der irrtümlich ist. Ich habe mich nicht getrennt und diese ganze Power, die wir da reingesetzt haben, in diesen einen Gedanken. Darum sagt Jesus ja, hey, wenn du mir den gibst, gib mir dein Ego, gib mir deinen Körper. Darum bietet er ja oder bietet es an, vielmehr. So, gib mir das, dann kann ich dich geistig wieder dahinführen, dass Wunder wirken und Wunder sind ja immer, ich lasse Gott durch mich geschehen. Das ist ja das Wunder. Für einen Augenblick nehme ich wahr, wow, die Welt ist gar nicht wirklich, wie ich es gerade noch dachte. In diesem Augenblick ist alles gegeben. Und das ist ja, dass Zeit zum Teil kollabiert. Kennt ihr das? Du kommst, weißt, du bist zu spät und bittest um Zeitwundern, dann bist du pünktlich. Das haben ja auch schon einige so im Geist mitgespielt. Und das ist ja das, was Jesus sagt, hey, die Gesetze der Welt sind nicht wirklich und die Lehrer Gottes sind aufgerufen, die Gesetze Gottes hier aufzuzeigen. Und das schon zu lesen, finde ich, das schon zu hören, da kann man nur sagen, ja, das will ich, da bin ich dabei, da belehr du mich, oder? Was für ein, was für ein, was für eine Liebe und was für ein Vertrauen. Und Jesus sagt ja auch, ich bin darauf angewiesen, meine Kirche auf dich zu bauen, oder? Sagt er das nicht? Diese Kirche steht ja im Kurs und da ist das totale Vertrauen, dass wir uns alle irgendwann erinnern werden. Was du auch gesagt hast, wir werden uns alle erinnern, wer wir sind. Weil, ich merke das ja auch in jeder Vergebung, so, die ich, die ich in mir wahrnehme, mit einem Bruder wahrnehme, in jeder Vergebung ist es deutlicher, dass Gott wirkt. Viel stärker, als wir alles, was wir uns hier jemals ausgedacht haben, noch ausdenken werden. Das ist ja das, was geschieht. Dass wir so in der gegenwärtigen Liebe uns wiederfinden, dass wir wahrnehmen, wow, wow, das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass sich so eine Gegenwart offenbart, in der einfach wirklich nur noch für die Sohnschaft alles durch mich geschehen will. Das ist ja, wo wir landen, finde ich, wenn wir sagen, hey, ich will hier lehren, ich will mich erinnern, wer wir alle sind. Dass wir wirklich alle der Sohn Gottes sind, dass wir eins sind, dass wir immer in jeder Begegnung einem Teil von uns selbst begegnen. und das ist ja das Abenteuer und dann auch vielleicht zum Bruder zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie ich die Bilder von ihr runternehmen soll. Ich mag dich wirklich nicht. Ja, weil das ist ja, weißt du, das ist ja dann, wo wir das Ego mit festmachen und da einfach leicht mit zu werden. Hey, wir sind ja alle, wir sind ja alle dabei, oder? Zu befreien, uns freizusetzen von dem, wofür wir uns hielten. Absolut und das ist das Abenteuer, dass wir eigentlich merken, wir treffen uns hier in freier Wildbahn, weil die Wirklichkeit, wie ich sie wahrnehme, die ist nicht so. Ich denke, da ist eine Welt und da bist du und da bin ich und das ist halt so und da machen wir halt unser Ding und begegnen uns mit unseren alten Bildern, aber ich merke, ey, es gibt das gar nicht. Ich bin einfach nur in einer wilden Fantasie über mich selbst, wem begegne ich da überhaupt, wer bist du überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, was du sein sollst oder wie du gedacht bist und was das Wunder mir gleich zeigen wird, wenn ich es wähle, ist, dass ich keine Ahnung von dir hatte. Ich begegne eigentlich in dem Sinne einen komplett Unbekannten und das ist, wo Jesus sagt, okay, du musst dem Anderen die Rolle des Erlösers zugestehen, auch wenn der pennt, auch wenn der nicht weiß, wer er ist, dadurch, dass du ihm die Rolle zugestehst, du gibst ihm ja nicht die Rolle, die hat er ja schon, Gott hat dir ja schon die Rolle des Erlösers gegeben für mich, du bist ja schon mein Erlöser. Aber wenn ich nicht sage, okay, Gott hat recht, du bist das, kann ich dich auch nicht so erlauben. Ich erlaube aber, dass du die Rolle hast, die Gott dir gegeben hat, mich aus meinem Traum zu erlösen. Ich kann nicht über dich urteilen, wenn das Licht, das ich suche, von dir mir gegeben werden soll. Und dann ist es ein Abenteuer, weil ich sehe, ich kann an meinen Vorstellungen von Sicherheit und von etablierter Wirklichkeit nichts festhalten. Ich kann das nicht mehr verteidigen in mich. Ich kann meine Werte, die ich in meine Projektion gegeben habe, die ich auf dich gehauen habe und aus dir ein Bild und einen Körper gemacht habe, die kann ich nichts mehr von mir selber rechtfertigen, mit Gräuel und mit Recht haben. Sondern ich möchte mutig genug sein, wir können ja ruhig mal mutig nehmen, mutig genug sein, dieses Abenteuer zu erlauben und da brauchst du ja gar niemand anderen, du bist ja schon da, du tauchst ja hier schon auf meinem Bildschirm auf. Mal gucken, du bist in meinem Geist, wenn du Erlöser bist, wenn ich dich als Erlöser erlaube. Kannst du ja mal jemanden hier aussuchen, einfach nur just for fun, du hast ja wahrscheinlich eh nichts anderes zu tun, oder doch. Falls die Bilder hier anzuschauen. Ich gucke mir lieber nur mal die Bilder an. Ich finde das wirklich auch jetzt so Weihnachten oder in Familie, in Beziehungen, in Freundschaften mit Kindern und Jesus sagt, wenn du nicht in Christus schaust, siehst du deine eigene Vergangenheit, siehst du nur vergangene Assoziationen und das anzuerkennen, das finde ich so, so, dann geht Transformation so schnell, weil dann fragen, wenn ich das weiß, wow, wenn ich irgendjemandem begegne, wenn ich dir begegne und ich bin nicht glücklich, ich bin nicht im Segen, ich liebe dich nicht, einfach weil es geschieht, ohne Anstrengung, nur dann halte ich gerade die Vergangenheit hoch und sage, nee, die Vergangenheit ist mir gerade wichtiger, als wir jetzt mit dir im heiligen Augenblick zu sein. Und ich finde, je mehr wir das einfach dem urteilsfreien Geist begegnen, in dieser Faszination, es ist jetzt wirklich die Entscheidung in meinem Geist, es ist total bedeutungslos, was der oder die andere macht. Es ist wirklich meine Wahrnehmung. Und darum sagt Jesus ja, hier wird nur die Wahrnehmung berichtigt, dahingehend, wem du gerade wirklich begegnest. Das ist das Einzige, was ja im Zeitraum geschieht. Darum sagt er ja, der Kurs geht nicht über den Bereich des Egos hinaus. Und dadurch, dass wir das so sehr schützen, die Person, ich möchte doch noch ein bisschen anders sein, als wie irgendjemand anderes, darum brauchen wir den Kurs, der einfach nicht darüber hinausgeht, das sagt er ja. Sondern es geht hier wirklich immer wieder um die Berichtigung. Okay, wow, ich möchte mich gerade besonders wahrnehmen, also muss ich dich entweder ab- oder aufwerten. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, weil es ist sofort das Denksystem, was ich dann brauche von Vergleich. Und irgendwann wird es einfach zu schmerzhaft und auch zu freudlos. Das ist es ja. Dass wir wirklich im heiligen Augenblick so voller Freude sind. Und Jesus sagt ja auch, hey, nutze wirklich den Körper für die Erweiterung der Wahrnehmungen. Das merke ich ja auch. Das Licht, wenn wir das mehr geschehen lassen, die Freude, wenn die aufsteigt. Früher bin ich umgekippt und konnte das einfach gar nicht damit laufen. Und mittlerweile kann ich in dem rumlaufen. Das ist ja das, was geschieht, was wir geschehen lassen. Dass das Licht unsere Natur ist. Dass die Schau, das ist, was uns hier einfach wach sein lässt. Freudvoll. Hey, wow, was du gerade beschrieben hast, Andreas. Hey, hier ist jeder. Jeder Einzelne, obwohl wir eins sind. Und in dem alles erlöst sein lassen, ist hier erstmal jeder mit einem Teil, den er zu geben hat, den nur jeder persönlich hier geben kann. Und entweder nehme ich das wahr in jedem Einzelnen. Ich höre die Botschaft Gottes, ich schaue das Licht, ich schaue, dass der andere hier wirklich einfach nur den Vater repräsentiert. Oder ich will nicht vergeben und sehe meine Vergangenheit von Trennung, von Angst, von, ey, der Bruder ist gefährlich, von, ich glaube, ich habe Gott verlassen und verraten und darum glaube ich, alle um mich herum werden mich verlassen und verraten. Das ist ja die Projektion. Ah, okay. Das war alles, das war alles Vergangenheit. Interessant, ne? Ich denke so, das sind nur so bestimmte Sachen, die ich da in dir sehe, wo ich da, da sehe ich so ein bisschen Vergangenheit und da, so habe ich mich auch schon mal gesehen, sondern das gesamte Ding, das gesamte Ding ist Vergangenheit. Ich sehe nur die Vergangenheit. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt und ich projiziere eine Welt, die seit langer Zeit schon vorbei ist und, oder glaube noch da dran, dass sie noch eine Wirklichkeit hat und dass ich, dass ich sie liebe und wertschätze. Aber, äh, mit einer, wie sagt man das, ähm, mit so einem Rundumschlag, mit einem Rundumschlag, zu sagen, nee, es ist alles Vergangenheit, was ich mit den Augen des Körpers sehe, weil ich, weil ich mit vergangenen Gedanken beschäftigt bin, äh, dann brauche ich auch gar nicht mehr selber auszusortieren, sondern, ich kann einfach nur sagen, wow, dann brauche ich wirklich eine komplette, vollständige Alternative zu dem hier. Ich brauche etwas, was, ähm, nicht nur einen Teilaspekt meiner Wahrnehmung verändert, sondern, das gesamte Ding, die gesamte Art zu erfahren, ist alt. Und, ich möchte dann gerne diesen heiligen Augenblick dazu verwenden, mir eine komplett neue Erfahrung zeigen zu lassen, die komplette Alternative so in meinem Geist zuzulassen, wie ich es gerade erlauben kann, wie ich gerade bereit dafür bin. Denn, in der Gnade, unserem natürlichen Zustand, ist es immer genau das richtige Maß, es ist immer genau das richtige Maß, das mit unserer Bereitwilligkeit Schritt hält. Und da kommt dann nicht mehr und kommt auch nicht weniger rein, als das, was wir gerade zulassen können. Aber ich kann sagen, die Anziehungskraft der Liebe auf sich selbst, der Gnade auf sich selbst, äh, hat einen überragenden Vorrang für diesen Moment. Und klar kommen wir dann auch immer wieder an die Punkte, wo wir sagen, nee, das ist jetzt genug, jetzt ist genug, jetzt reicht's, jetzt bin ich wieder okay, jetzt gibt's Mittag oder was auch immer oder jetzt ist ja auch Session vorbei, Gott sei Dank, oder sonstiges. Oder ich will es nicht zulassen, weil ich Angst habe, ich habe, ich beiß wieder in die Anziehungskraft der Schuld rein oder die Angst vor dem Tod und Angst vor Gott und so weiter. aber wenn wir die Liebe und die Gnade gegenwärtig schon mal am Rockzipfel haben, in diesem heiligen Augenblick, den wir miteinander teilen, dann lass uns das doch noch einen Moment tiefer, weiter, klarer zulassen, dass nur das sich kommuniziert, dass nur er, dass nur sein Wort sich kommuniziert, weil alle Ideen, die ich über mich habe, nicht stimmen. Alle Ideen, die ich über dich oder irgendwas habe, stimmen nicht und zeigen mir nicht die Wahrheit. Es ist ein Traum. Und hier möchte ich gerne eine Reflexion der Wirklichkeit in meinem Traum zulassen, das Licht im Traum, das mich aus meinen begrenzten Ideen hinausführt, weil ich dir gerne begegnen möchte, dem Leben in freier Wildbahn. Begegnen möchte. Ja, ich finde, das, was sich ja immer mehr offenbart, ist ja, dass wir alle neu geboren sind in jedem Augenblick. Das ist ja das, was Jesus aufgezeigt hat. Hey, du bist ewig im Vater. Du bist ewig. Du bist jetzt schon wieder neu inspiriert, dass Gott hier durch dich wirkt, wie durch niemand anderen. Das ist ja der glückliche Traum. Ich weiß, alles, was geschieht, ist für mich. Und Jesus sagt ja erst mal, hey, ich brauche erst mal die kleine Bereitwilligkeit und Bereitwilligkeit ist noch keine Meisterschaft. Und das ist ja, was in uns wirklich geschieht, zu merken, wow, diese Belehrung im Heiligen Geist, wenn ich den Heiligen Geist als meinen Lehrer, als meine Lehrerin bitte anerkenne, sage, hey, ja, das will ich, dass dann immer mehr Freude einfach da ist. Immer mehr Freude, weil es immer darum geht, dass ein Irrtum mich erleiden lässt. Ach, Gott will das gar nicht für mich. Ach, Gott hält mich jetzt. Ach, in Gott ist wirklich alles jetzt vergeben, erlöst, neu geboren. Ach, das stimmt alles gar nicht. Und das kann ich wahrnehmen, indem ich immer mehr das Licht auch im Bruder schaue. Ich finde, es ist so, ich konnte mir das so, wir können es uns ja auch nicht vorstellen, das sagt Jesus ja, wir können es uns nicht vorstellen, wir lassen es geschehen, weil es unsere Natürlichkeit ist, weil es unser wahres Selbst ist, was wir immer tief erinnern. Und diese Bereitschaft, mehr und mehr zur Meisterschaft sein lassen zu wollen, so zu merken, wenn ich wirklich in jedem Augenblick entscheide, will ich Gastgeber Gottes, Gastgeberin Gottes sein oder Geisel des Egos, wenn ich so das, was alles Jesus im Kurs sagt. Und den Kurs finde ich einfach so legendär, weil den zu lesen und auch laut zu lesen, ich finde, das verändert schon dermaßen den Geist, oder? Das spricht mich schon in so einer Tiefe an, dass ich dem so kaum widerstehen kann. Das finde ich wirklich so, da bin ich so dankbar, dass Jesus das einfach reingegeben hat, uns reingibt, in jedem Augenblick. Und er sagt das ja auch, so einer Stimme mehr zu vertrauen als deinen Sinnen, darum geht es ja. Ich vertraue dem Heiligen Geist, ich vertraue Jesus Christus mehr, was der immer sagt, als das, was ich höre mit den Ohren, mit den Augen sehe und mit den Händen berühren kann. Das ist ja die Berichtigung, darum sagt er ja, irgendwann werde ich, geht es darum, überhaupt nicht mehr dem zu trauen, was ich mit den körperlichen Augen sehe und was du gesagt hast, wir haben immer das, was wir wollen im Unterricht und wenn wir halt sagen, hey, ich möchte echt Frontalunterricht, so, ich will mitlaufen, ich will einfach alles, hier ist meine Bereitschaft und die will ich größer, immer größer werden lassen, ohne zu wissen, wie es geht, ich weiß ja gar nicht, wie es geht, ich weiß ja auch gar nicht, wie Vergebung geht, ich weiß, dass meine Bereitschaft da ist, sie geschehen zu lassen, immer tiefer und das teilen wir ja dann mit allen. Ich finde es wirklich echt so, so ein Geschenk und auch jetzt hier sein zu dürfen und das miteinander zu teilen und wirklich hier zu bitten, Herr Jesus, erinnere mich tiefer, wer ich bin, Heiliger Geist, berühre mich tiefer, denn jemals zuvor. Das ist ja das, was uns gegeben ist, darum sagt Jesus ja, du hast immer das, was du willst, immer das und was der Kurs ja sagt, Erlösung ist augenblicklich und egal wie oft ich immer wieder nach dem Ego greife, damit urteilsfrei zu sein und doch sind wir schon erlöst. Sonst wäre der heilige Augenblick nicht möglich. Sonst wäre die Offenbarung Gottes jetzt nicht möglich und das einfach anzuerkennen, ich habe Angst davor, ich mache mir Angst vor der Berührung Gottes, ich mache mir Angst vor der Stimme Gottes, weil ich glaube, ich opfer was und das werden wir nie tun, wir gewinnen alles und das können wir nur wahrnehmen, wenn wir es echt selber geschehen lassen, das kann keiner für uns machen, das ist auch das Allerschönste, dass wir wirklich alle in dem gemeint sind, oder? Dass es wirklich im höchsten Maße, sagt Jesus, individuell, persönlich ist und dadurch werden wir unpersönlich. Echt, was für ein, was für eine Belehrung, was für eine Geistesschulung. Und ich habe eine Passage aus Lektion 169 Durch Gnade lebe ich. Vergebung ist das zentrale Thema, das sich durch die Erlösung zieht, dass alle ihre Teile in bedeutsamen Beziehungen zueinander hält, den Lauf, den sie nimmt, ausgerichtet und ihr Ergebnis sicher hält. Und nun bitten wir um Gnade, die letzte Gabe, welche die Erlösung verleihen kann. Die Erfahrung, die die Gnade uns vermittelt, wird in der Zeit ihr Ende haben, denn die Gnade ist der Vorbote des Himmels. Er setzt jedoch den Gedanken der Zeit nur eine kleine Weile. Diese Spanne, dieser Moment, dieser Moment von Gnade reicht aus. Genau hierher wird ein Wunder hineingelegt, um aus heiligen Augenblicken, die du durch Gnade in deiner Erfahrung empfängst, von dir all jenen zurückgegeben zu werden, die das Licht erblicken, das noch auf deinem Antlitz schimmert. Was sonst ist das Antlitz Christi, als das Antlitz dessen, der einen Augenblick in die Zeitlosigkeit ging und eine klare Widerspiegelung der Einheit, die er einen Augenblick verspürte, zurückbrachte, um die Welt zu segnen. Wie könntest du sie endlich sie endlich immer erreichen, während ein Teil von dir draußen bleibt, nicht erkennend, unerweckt und deiner bedürftig als Zeuge für die Wahrheit. Sei dankbar, und das ist hier echt wirklich so ein, also es beschreibt einfach unseren, was ist das, Prozess, unseren Kommen und Gehensprozess, Kommen und Gehen, Kommen und Gehen. Sei dankbar, dass du zurückkehrst, also wieder sozusagen in die Erfahrung von Begrenzung zurückkehrst, wie du auch froh warst, einen Augenblick zu gehen und nimm die Gaben an, die die Gnade dir vermittelt hat. Du trägst sie zu dir selbst zurück, um die Offenbarung und die Offenbarung steht nicht weiter hinter. Ihr Kommen ist gesichert. Wir bitten um Gnade und um die Erfahrung, die aus der Gnade kommt. Wir heißen die Befreiung, die sie allen anbietet, willkommen. Wir bitten nicht um das, was nicht erbeten werden kann. Wir blicken nicht über das hinaus, was die Gnade geben kann. Denn dies können wir in der Gnade geben, die uns gegeben wurde. Und das ist wirklich die Einladung, lass es jetzt sein. Das ist wirklich die Einladung, wie ich es höre, lass es jetzt sein, lass es sich jetzt ausdehnen. Gibt die Gnade jetzt, also er spricht wirklich davon, dass wir Gnade tatsächlich geben können. Das ist eine Eigenschaft, eine Qualität, eine Reflektion von Gottes Liebe, die gebbar ist. Es gibt einige Dinge, die nicht gebbar sind, zum Beispiel Macht. Wir können nicht Macht geben oder Erfahrungen geben, aber Gnade können wir geben. es es ist unser Privileg, das in diesem Moment nicht zurückzuhalten, sondern zu geben und zu empfangen und da den Bruder vollkommen willkommen zu heißen und zu sagen, Gott sei Dank bist du da, ich könnte das nicht geben, wenn wir nicht dasselbe werden. Ja, wir sind lebendig in der Gegenwart Gottes, oder? Das ist ja diese Lebendigkeit, von der Jesus spricht, das lebendige Wasser, nicht mehr zu überleben, sondern wirklich lebendig, das Leben auszudehnen, dass das Gott in uns allen wirkt, dass wir ewig sind, dass wir nicht altern, wir werden nicht geboren, wir sterben nicht, sondern wir haben diesen einen Augenblick, den wir miteinander teilen, da ist einfach nur Heiligkeit, nur Heilung und das mehr und mehr geschehen zu lassen, das ist ja so eine Freude, das ist ja so viel Leichtigkeit, so viel Lachen, wie wir uns das selber nie machen könnten, als Person in der Trennung und das können wir aber echt nur, wir können uns da nur geistig hinführen lassen, das ist wirklich schon da ist, dass der Vater uns allen alles schon gleichermaßen gegeben hat, Erlösung, Heilung, Freude, Versorgung, alles, allen, allen gleichermaßen und wir nehmen es erstmal dem Ego nicht wahr, weil wir das selber gemacht haben, das selbst, was, in dem ich leide und das ist einfach so weit weg von Gott wie möglich, schnell weg vom Vater, wahrzunehmen, oh Gott, er ist immer noch in mir, seit Millionen von Jahren versuche ich mich hier zu verstecken und nicht gelungen, danke, es ist nicht gelungen, ich danke, 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 ich danke, 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 danke für die schöne Erinnerung mit dir, ja, danke für das Licht, danke für dich, danke für uns alle, ja, wir sind ja noch in einem Weihnachtsspecial der Aleph Akademie und heute geht es weiter um 19 bis 1945 mit den Wiederholungslektionen und von 20.30 bis 21.30 Uhr Geestner und Judith werden heute die Session machen, heute Abend. Ich danke, danke uns allen für unsere Hingabe, oder für unsere Bereitschaft, uns zu erinnern hier, Jesus sagt ja, alle sind gerufen und jetzt antworten wir alle einfach, oder? Wie schön, einfach hier nur noch aufzuzeigen, dass der Vater unser Glück will. Danke. Danke für den neuen Moment. Ja, magst du noch ein Lied spielen? Ich habe ja schon einen. Nein.